Elektroautos 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 Da arbeitet auch eine Freundin von mir Ich mache ein Video an Jetzt kommen wir in die Kirche Was hast du gesehen? Die beiden Füchse Füchse, ja Zwei Freunde Oder? Vater und Sohn Oder? Vater und Sohn Genau Jetzt sind wir in die Kirche Jetzt sind wir in die Kirche Ja, so Guck mal Du bist leise Der Hund Ja flieht an den Mann Fläht an den Mann Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal wird nass Was? Jetzt sitzt Andy nass Die Kirche ist offen. Offen? Super. Das braucht mir. Nein? Darf man hinein kommen? Wenn? Wenn eine Messe ist, nein. Nein? Warum? Weil wir mit Einkaufstaschen und die Messe nicht besuchen, sondern nur gucken. Wenn jemand eine Messe betet, möchte er nicht gestört werden. Zum Beispiel, ich habe eine Lust zu hören. Ja, aber wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Super. Glocken für dich. Ja, höre. Wir können rein. Darf man ein Foto machen? Ja. Ja? Und Video? Ja. Ja? Hier rein? Ich möchte nicht aufs Video. Ich nicht. Warum? Ich möchte nicht aufs Video. Ah! Okay. Ich bin nicht aufs Video in der Denkmalen und Schroen. Okay. Ich bin jetzt auf dem flames. Ich bin ja nicht auf den Buchen. Nein. Ich bin der Buchen. Ich bin der Buchen. Okay. Ich bin der Buchen. Vielen Dank.